Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön dass du eingeschaltet hast und heute wollen wir einfach mal eine Idee gehabt ein Video zu machen. Das habe ich in meinem altes Galaxy S5. Aktuell filme ich mit dem Galaxy S20 und da wollen wir einfach mal die Fotoqualität und Filmqualität vergleichen. Ich mache immer nebeneinander die Videos und dann werden wir mal sehen was jetzt nach fünf oder sechs Jahren, ich weiß gar nicht mal, uns rausgekommen ist 2015, 2016. Wenn wir einfach mal schauen was ist da getan. Sollte Musik Sollte Musik 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 Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ja, schon ein kleiner, kleiner Unterschied, vor allem bei den Videos, der Bildstabilisator macht eben was total her und ja, die Fotos vom S20 wurden ein kleines bisschen brillanter, aber wie gesagt, das S5 immer noch super Handy gewesen, was wirklich dazu mal spitzenmännische Bilder gemacht hat und ich würde sagen, die sind ein kleines bisschen besser, verzeiht mir, dass ich das Format 1 zu 16 oder 9 zu 16 genommen habe und bei dem S Galaxy 3 zu 4 oder 4 zu 3, jetzt habe ich ein bisschen geschlafen, aber trotzdem kann man gut sehen, wie das doch schon ein bisschen besser ist, aber eben so der ultimative, die ultimative Verbesserung ist es natürlich auch wieder nicht, ist eben so, aber ich denke, das können wir gut sehen, dass sich schon einige Sachen getan haben, okay, ciao dann, bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik